Hallo bei Palauts, bin Nico und hab Anja dabei und wir spielen Köln in das vergessene Land und zwar die Mission Frostböenmeer in der Wintergruppe. Hallo! Ja, jetzt hab ich das einfach so runtergeraddelt. Eieiei, oh nein, es ist frostig und überall sind Böen und wir sind an einem Meer. Das Frostböenmeer. Oh guck mal, das ist noch nicht so ein Stachel. Oh Gott, ist da alles wie weh. Ja, ich glaube, ich brauch den, mit dem kann ich bestimmt. Komm mal zurück. Ey! Frau Peri, den kann ich bestimmt nicht weggewählt werden. Ja, es funktioniert. Schau mal. Bestes Teil. Ich mag, dass ich da so ein Kaktus dran hab. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob man Feuer dann nochmal braucht. Es ist immer so schwierig, sich für irgendeine... Ding zu entscheiden, ja? Das ist so geil mit deinem Hummel-Arsch, war? Ja, der ist super, oder? Der Darkstalker-Stand wird jetzt an QB denken. Stimmt. Ja, der ist einfach ins Wasser gefallen, glaube ich, oder? Ja, oder? Ich glaube, der ist... Rippe, 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 Rippe. Das ist das, was ich immer wollte. Das ist so gut. Und... 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 Und ins Wasser gefallen. Ja, ich hab's verkackelt, oder? Ein bisschen. Und nochmal. Ah, schön, dass ich wieder von hier starten durfte. So, gibt Gourmet. Schön Speed aufbauen und... Ja, so muss das. Man kommt da oben, ist auch wieder so ein Hummel-Arsch. Hummel-Poco. Rette die Versteckung. Auf jeden Fall der Erste. Entschuldigung. War das viel Spaß. Dir ging zwar nichts mehr. Ich glaube nicht, ne. Ne. Ich kann noch nicht mehr zurück. Warum ist der so? Nein, 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 nein. Ach. So, yeah, yeah, yeah. Genau, ich weiß. Aha. Ein Kapsel. Eins Kapsel. Ein Kapselding. Da. Kein Problem. Ich kann springen. Das ist sehr schön für dich. So, mir geht das nennen. Gut. Okay. Da unten geht's mal wieder. Das ist ein Boot. Dann machst du ein bisschen wieder so. Ja, guck, da ist auch so ein Ring. Ja. So ein luftigkuss Ring. Da erst mal oben. Ohne langschauen. Auaa. Ich finde, die sind überhaupt nicht. Machst du das? Mit deinen kämpferischen Skills. Ja. Teste. Okay. Ja, dann hol ich mir jetzt den Ring. Tu das. Den einen Ring. Oh nein. Anja, ich bin bald tot. Das ist schlecht. Aber weggepustet. Nicht das Boot. Oh. Oh. Ja. Was war das? Genieße drei Mahlzeiten auf hoher See. Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hoher See nennen würde. Ein Kirby ist das auch hoher See. Oh Mann. Ich hab den nicht schön sehen. Hab ich schnell. Ich. Ist da irgendwas? Ich bin immer noch so paranoid. Wenn man Dinge verpassen. Ich bin ganz gemächlich. Hui. Wir sind ja hier im Urlaub. Nein, nein, nein. Oh ja. Das ist noch eine Mahlzeit. Zählt das als Mahlzeit? Ja. Oh, warte. Nee, ich kann den ja. Wollen wir sagen. Durchpusten. Voll doof. Okay. Ja, das müssen wir einmal freischalten. Da. Das Windgerät. Schalter. Und so. Da ist eine dritte Mahlzeit über dem Dude. Und ein Waddley natürlich noch. Zack. Oh Gott. Oh Mann, naja. Also, das war zumindest sehr straightforward. Ja. Und überhaupt nicht versteckt. Checkpoint. Nichts. 2 von 5. Uff. Wird ein bisschen Ufernreicher. Ah, nein. Er wird durch. Oh nein, wir müssen absteigen. Gehen windig weg. Wim, wim, wim. Oh. Krapsel. Oh, siehst du das? Guck mal, oben. Oh, noch weiter. Ich glaube, ich steck mal ab dafür. Für den Move. Oh nein. Da oben ist Feuer. Da oben ist Feuer. Warte, dann entferne ich mal die Fähigkeit. Hallöchen. Ups. Oh, oh. Tschüss. Brutzel. Waddley. Nice. Sehr nice. Sehr nice. Ich glaube, dann behalte ich den Brutzel. Dem Brutzler. So, ansonsten war hier nicht, ne? Ne, ich glaube nicht. Okay. Kann ich sehen? Ah. Okay, ich würde sagen, rein. Jupp. Pflutsch. Da, dam. Da, da, da. Oh, hier ist wieder sehr windig. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Komme ich dagegen an? Ja. Mit Feuer komme ich dagegen an. Das bitte. Nicht, dass hier irgendwo eine versteckte Seitengasse ist. Mhm. Fuck, hab ich alle ab. Das geht gar nicht lang. Oh, guck mal. Hast du das gesehen? Ja. Löse Dinge aus. Aha. Nummer 4. Von 5. Nice. Aber ich bleibe beim Feuer. Oh Gott. Warte mal. So. Ne, war bei der nächste, ne? Ah, 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 schau mal. Bebebühne. Oh. Achso, der kann nur in eine Richtung. Achso. Der kann nur in die Richtung. Das ist eine Truhe. Und ausspucken. Oh, eine Blaupause. Nöch. Du hast die Drachenfeuer-Blaupause erhalten, bringst du dir wohl. Okay, ist das denn die nächste Stufe von dem Vulkan? Oh mein Gott, gib mir einfach noch mehr Feuer. Geil. Bin ich dann ein Drache? Ich will ein Drache sein. Oh, 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 oh. Oh, hier links. Ja, 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 ich hab's noch. Hallo, Licht. Fuß, 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 Fuß. Kurz mal warten, was passiert, was passiert, was passiert. Okay, jetzt können wir, jetzt können wir der Sache mal in den Grund gehen. Da rein, ja, okay. Oh, springen in den geheimen Raum in den Untergrund. Nöch. Ja, da sind's wie in die geheimen Seitengassen im Untergrund. Ja, da ist es fies. Guck mal, da ist wieder ein Hebelwüter. Lamykus? Oh Mann. Dein Sack. Ich sag's dir. Ah, aha. Okay. Und dann? Muss man da ganz schnell rauf. Okay. Das ist ja gemein. Die Beinchen wackeln. Ach so, anzünden und dann. Ja. Komm mal schnell. Oh, geschafft. Oh, massig Zeit noch gehabt hier. Massig würde ich jetzt auch nicht sagen, aber. Irgendwas muss hier noch sein, oder? Ah, der Waddle Lee. Von dem geheimen Raum, da sind ja zwei Missionen quasi. Ja. Verborgen. Warte mal, wie sieht's aus? Eine Sache fehlt uns, und die liegt wahrscheinlich schon weiter zurück. Achso, aber wir müssen ja erstmal kaputt machen. Jetzt aber. Was passiert jetzt? Ich habe ein bisschen Angst. Oh Gott, jetzt werden wir darüber geweht. Okay. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das war's. Mach's gut. Wann hätte ich gekannt zu haben. Das ist eine Kapsel. Yes. Ist auch gut. Wahrscheinlich hätten, war eine Mission, benutze nicht die Spikes, um dir das mit dem Wind leichter zu machen oder sowas. Meinst du? Doch nicht. Aber wenn es ein geheimer Raum ist, dann bin ich halt aufgeschmissen. Ich habe keine Ahnung. Okay, was ist es? Finde eine windgeschützte Höhle. Hört auf mit diesen Seitengassen. Mist. Sag ich doch jetzt nicht so. Wundaria-Statue. Wundaria wurde nach einem Autoren benannt, der einst Geschichten über zwei das Weltall bereisende Hunde schrieb. Geschichten, die sich großer Beliebtheit erfreuten. Und die Grundlage für den Wundaria-Vergnügungspark bildeten. Einem Ort, der groß und klein zum Träumen einlädt. Gordo-Stange. Gordo-Stange. Ne, guck mal, wir holen uns jetzt erst mal das Drachenfeuer und dann brennen wir einfach alle weg. Stimmt. Schlacht auf der Blizzard-Verrücke. Obwohl, ich glaube, ich will direkt rein. Schuhe mir danach die Fähigkeit. Oh Gott. Ich will direkt rein. In geschützte Höhle. Da hinten links. Gerade gesehen. Da ist es. Das holen wir uns jetzt mal einmal. Weil wir können. Ansonsten müsste das jetzt hier links runter sein. Guck mal. Deswegen kriegt man nämlich auch die Fähigkeit hier. Ja, das war es schon. Oh, wie sieht das schwarzen. Ja, und jetzt bringen wir die einfach um. Okay, jetzt schließen wir schnell die Mission ab. Hey. Aber diesmal muss man sagen, es hat nicht lange gedauert. Die haben wir direkt gefunden. Jo. Warum haben wir die beim ersten Mal nicht gefunden? Ich weiß nicht. Ein Bombenblock, den hatten wir schon. Das ist unspektakulär. Dann haben wir jetzt noch zwei Missionen und dann gucken wir uns Model D-Statt nochmal an. Alle Model Ds gerettet. Nice, Frostböenmeer. Also, hier haben wir Tornado-Schatz. Trimmelstreik. Achtung, Eiswasser. Wünsch mir Glück. Glück. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Oh, ich muss da immer mal hingucken. Okay. 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 Das war nicht mal so schwer, aber ich habe es einfach verpressen. Wahrscheinlich habe ich genau eine Minute Zeit. Und bin jetzt... 30 Sekunden Zeit, meine ich. Es war wirklich so... Ich will mich jetzt nicht loben, aber ich war so gut. Ja. Bis ich es nicht mehr war. Ich war jetzt so minimal zu ungeduldig beim letzten Ding. Wahrscheinlich bleibe ich jetzt am Anfang hängen. Weißt du? Kriege ich nie wieder so hin. Mit der Einstellung. Mit der Einstellung. Aber es macht ein bisschen Spaß. Ich will jetzt einfach kurz warten. Wie einfach das ist. Ja. Halt echt. Oh. Naja. 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 So. Und einer ist noch. Bremskugelblitzschatz. Was? Sieben Sekunden. Ja. Okay. Dann wird man es wohl hinkriegen. Obwohl. Wahrscheinlich läuft die Zeit auch langsamer, wenn ich die Zeit verlangsamen. Lahm. Lahm. Lahm, lahm. Ja, System. Ja, lange. Und Zeit, Zeit und Verlangsamsein. So, die überhaupt gut machen. Ja, weil dann geht das Timeding immer wieder von vorne los. Achso. Deswegen muss ich schon hink machen. Okay. Oh, okay. war ganz wichtig dass ich die necke ja das war das war das ging schaffbar musste man ja auch nicht aufladen also ich weiß auch gar nicht warum man die fähigkeit aufladen sollte ob der noch irgendwie besser ist keine ahnung schlacht auf der blizzard brücke das klingt schon echt gemein ja es klingt eher so wie die stadt was gibt mir drachenfeuer ja ich weiß deswegen bin ich doch hier ja menschen auch immer wie sie haben als heim oder so gibt mir das gibt mir das will das in meinem leben das ja drachenfeuer blaupause geiler scheiß gibt mal her du das geht einfach alles so wird einfach von toll zu toller das sieht jetzt nicht cool aus das wird großartig aussehen einfach ein paar style aus ist geil guckt es an und schnell hat sich gewinnt hast du das gesehen auch die flügelchen ja das feuer und die welt brennt aussehen alles mag ich das ist nicht zehn dinger noch jetzt geht's wieder los nummer uno welcher popcorn das licht drehen weil nicht keine ahnung wie es weitergeht quadro oder so hamburger sank jetzt was ist dann skulptur 6 trombino und macht glauben oh mein gott schlappi ein nago deal dieser robuste schwimmer besitzt einen kräftigen kiefer und lauert an der wasseroberfläche auf beute spezialpower haben gegen diese diesen gepanzerten gegner keine chance aber vielleicht kann kirby mit dem vollstopfen modus etwas gegen ihn ausrichten die sind echt zucker ich glaube nummer 9 ich habe nicht mitgezählt so richtig konserve und der letzte wenn es was neu ist kolossales schwert dieses schwert ist wahrhaft kolossal in schildform dient es auch perfekt zur verteidigung wäre damit angriffe ab und holt anschließend zum gegenschlag aus und zum gegenschlag holen wir in der nächsten folge aus wenn wir uns auf der brücke durchkämpfen ich hoffe ihr hattet spaß mit dem part wir hatten definitiv welchen also vergesst nicht den daumen nach oben zu setzen abonniert kommt in unseren discord rein und freut euch auf die nächste folge und hat vor allem einen wunderschönen tag macht gut tschüss 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 tschüss